Auch wenn die Studentenbude oder Küche noch so klein ist, ein Backofen für kleine Snacks zwischendurch muss einfach sein. So wie dieses clevere Mini-Modell von Markenhersteller Sagnor. Wie ein großer Backofen verfügt er über Unter- und Oberhitze. Vier Programme für Toast, Croissant und Pizza sowie die Auftauschstufe sorgen für simple Bedienung. So gelingen leckere Toasts, knusprige Pommes, saftige Garnelenspieße und süße Muffins und Kuchen auch in der kleinsten Bude. Dank digitaler Zeitschaltuhr können Sie sicher sein, dass in diesem Ofen garantiert nichts anbrennt. Backblech und Gitter gehören selbstverständlich zum Lieferumfang. Der Mini-Backofen ist ideal, wenn der Platz für eine richtige Küche nicht reicht. Versorgen Sie sich lieber selber mit leckeren Snacks, statt Zwischenmahlzeiten außer Haus zu kaufen. Das schmeckt besser und ist günstiger. Also, was will man mehr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017